Hallo und herzlich willkommen zurück zum Embedded Systems Karrierekompass. Ich bin Fee Garde, Senior Candidate Recruitment Consultant bei Amoria Bond. Ich arbeite täglich mit Experten im Embedded Systems Markt, um Sie bei der Suche nach einer neuen Position zu unterstützen. Heute werde ich Ihnen Ratschläge geben, wie Sie sich gut auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten können. Denken Sie daran, dass wir spezialisiert auf dem Embedded Systems Markt sind und Ihre Fähigkeiten optimal mit einem Unternehmen abstimmen können. Besuchen Sie dafür Amoria Bond.de oder vernetzen Sie sich mit mir oder meinen Kollegen, um mehr zu erfahren. Jeder ist vor einem Vorstellungsgespräch nervös. Dieses kann vermieden werden, denn keine Vorbereitung ist der Hauptgrund, warum Bewerber ihren Traumjob nicht bekommen. Hier sind einige einfache Tipps, was Sie im Voraus tun können, um einen super ersten Eindruck zu hinterlassen. Tipp Nummer 1. Kennen Sie das Unternehmen? Das bedeutet mehr, als den Namen des Unternehmens zu kennen. Schauen Sie sich die Webseite an. Das ist der einfachste Weg, um mehr über die Werte, die Produkte, den Zielmarkt und die aktuellen Neuigkeiten zu erfahren. Dieses Zuwissen zeigt das Interesse an dem Unternehmen und hilft Ihnen, Ihre Antworten auf die spezialisierten Bedürfnisse zuzuschreiben. Tipp 2. Überprüfen Sie gründlich die Stellenanzeige und wissen Sie, warum Sie zu dieser Stelle passen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Verantwortlichkeiten und Anforderungen der Position verstehen. Dieses zeigt Ihnen, welche Erfahrungen am relevantesten für die Rolle sind, damit Sie Ihr Wissen über die technischen Konzepte auffrischen und sicher darüber sprechen können. Stellen Sie sicher bei Ihrer Vorstellung, dass die Verantwortlichen merken, warum genau Sie der richtige Kandidat für die Stelle sind. Tipp Nummer 3. Wissen Sie, mit wem Sie sprechen? LinkedIn und Zing werden zu Ihren besten Freunden. Auch in Hinsicht Ihres Gesprächspartners möchten Sie nicht unvorbereitet in das Interview gehen. Es dauert zwei Minuten, um den Namen und die Position des Managers herauszufinden, damit Sie sich über den Hintergrund informieren können und herausfinden können, ob Sie Gemeinsamkeiten oder Verbindungen haben. Tipp Nummer 4. Schauen Sie sich die häufig gestellten Fragen an. Haben Sie Beispiele dafür, wann Sie bestimmte technische und soziale Skills gezeigt haben? Die STAR-Methode Situation, Task, Action and Result ist ideal dafür. Erwarten Sie auch Fragen zu Stärken und Schwächen. Haben Sie dafür konkrete Beispiele und versuchen Sie Klischees zu vermeiden, wie ich arbeite hart oder ich bin ein Perfektionist. Zeigen Sie, wie Ihre Schwächen in bestimmten Szenarien überwunden wurden und wie diese zu Stärken wurden. Aber auch Sie dürfen Fragen haben. Stellen Sie sicher, dass Sie im Vorfeld genügend Fragen vorbereitet haben, um den Managers zu zeigen, dass auch Sie Interesse an dem Unternehmen haben. Tipp Nummer 5. Sie können keinen zweiten Eindruck machen. Der erste Eindruck zählt definitiv. Bei einem persönlichen Gespräch kommen Sie im besten Fall 10 Minuten früher und erscheinen im Business- bzw. Smart-Casual-Look. Das ist im besten Fall der beste Dresscode. Stellen Sie bei einem Video-Interview sicher, dass Ihre Technik funktioniert und dass der Hintergrund passend ist. Das Letzte, was Sie wollen, ist, dass Ihr Gerät ein Update durchführt und neu starten muss, wenn Sie am Anruf teilnehmen müssen. Haben Sie Ihre Kamera eingeschaltet und Ihr Gerät auf einer stabilen Oberfläche in einem Bereich mit gutem Licht und wenig Hintergrundgeräuschen. Indem Sie diese Tipps befolgen, sind Sie auf dem besten Weg, einen beeindruckenden ersten Eindruck zu hinterlassen und Ihren Traumjob sich zu sichern. Wenn Sie Ihre nächste Embedded Systems Anstellung suchen oder Fragen haben, nehmen Sie jederzeit gerne Kontakt zu mir oder meinem Team auf. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.